Musik 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 Ach, Mann, ey, ich hasse es, die Spülmaschine einzuräumen. Ach, Mann, Markus, ich auch, aber du bist immer nur am Meckern. Papa hat gesagt, wir sollen Mama mehr helfen im Haushalt. Sie kann jetzt nicht mehr so viel machen, weil ihr Bauch so dick geworden ist. Also hör auf, rumzujammern. Mann, voll blöd, dass es schon wieder regnet. Ich wäre so gerne auf den Spielplatz gegangen. Ach ja, Markus, ich auch. Aber wir könnten ja irgendwas anderes spielen oder Fernsehen gucken. Vielleicht dürfen wir heute Fernsehen gucken, das wäre doch super, oder? Ihr beiden seid wirklich toll. Vielen Dank, dass ihr mir so schön geholfen habt. Guck mal, Mama, ich wische sogar den Tisch ab, obwohl du nichts gesagt hast. Ja, Papa meinte, wir sollen jetzt ein bisschen mehr helfen, weil dein Bauch so groß geworden ist. Und da hat er ja auch recht. Manchmal denke ich, da sind zwei oder drei Babys drin. Das ist wirklich sehr nett von dir. Vielen Dank, Nele. Aber sag mal, Markus, hast du auch irgendwas gemacht oder hast du wieder alles nur deine Schwester machen lassen? Nee, ich habe auch was gemacht. Hier habe ich die Spülmaschine mit eingeräumt. Und hier vorne habe ich auch noch was abgewaschen. Also ich habe das, ich habe genauso mitgemacht wie Nele. Dann bin ich ja beruhigt. Vielen Dank, dass du mir geholfen hast. Da bin ich echt ganz stolz auf dich. Und sag mal, habt ihr heute viele Hausaufgaben auf? Nö, ich habe keine auf. Ich auch nicht. Unser Lehrer meinte jetzt kurz vor den Sommerferien, da braucht man keine Hausaufgaben mehr machen. Ja, ich gehe jetzt spielen. Na, das passt ja heute super, dass ihr keine Hausaufgaben aufhabt. Das freut mich aber. Dann könnt ihr ja sofort anfangen, endlich eure Zimmer aufzuräumen. Nachzuräumen. Da sieht es ja aus wie bei Hempels unterm Sofa. Also los, zack, zack, aufräumen. Ach nee, bitte nicht. So schlimm sieht es doch gar nicht aus. Und ja, meine Seite ist total ordentlich. Also Markus, wenn das für dich Ordnung ist, dann weiß ich auch nicht. Ich war vorhin gucken und bei dir sieht es richtig schlimm aus auf der Seite. Also los, nach oben aufräumen. Ja, aber bei mir ist es richtig ordentlich, Mama, oder? Ich brauche nicht aufräumen. Nee, Nele, bei dir sieht es genauso schlimm aus. Ich meine, du bist ja nicht ganz so chaotisch wie dein Bruder. Aber da liegen ja überall Puppen rum und ganz viel Kram und Klamotten. Geh bitte mit nach oben und räum mit auf. Ach, Manu, ich will aber nicht aufräumen. Ich möchte viel lieber spielen. Warum soll ich denn jetzt aufräumen? Na, weil morgen Linus und Emma kommen. Da wollte die doch nicht in diesen Saustall lassen, oder? Wo soll Linus denn da schlafen? Auf den ganzen Spielsachen? Oder wollte, dass Linus hier unten auf der Couch schläft? Also los, ab nach oben aufräumen. Oh, das wusste ich gar nicht, dass die morgen kommen. Warum kommen die denn morgen? Hat das irgendeinen Grund? Hat irgendjemand Geburtstag? Hab ich was verpasst? Nein, die kommen einfach mal so. Wir haben uns ja schon ewig nicht mehr gesehen. Sophia wollte mich mal besuchen wegen meinem Babybauch. Und ja, wir wollten mal besprechen, ob wir dieses Jahr zusammen in den Urlaub fahren. Und, und, und. Oh, wie schön. Da freue ich mich aber. Dann räume ich gerne auf für Linus. Ach, ist das nicht toll, dass Linus morgen kommt? Oh, ich bin ganz aufgeregt auf einmal. Räumst du deine Seite auf und ich meine, und wer zuerst fertig ist, der hilft dem anderen, ja? Ich freue mich ganz schön doll auf Emma. Ich spiele so gerne mit ihr. Und auch auf Linus. Das wäre bestimmt cool. Vielleicht bringt Lukas ja auch mal wieder was von Werder Bremen mit. Das wäre echt toll. Ach, Mann, ey. Du kannst immer nur an Fußball denken. Sogar da. Das ist echt abnormal, Markus. Du solltest mal lieber ein bisschen mehr lesen. Ja, und nicht so viel mal an Fußball denken. Ich würde aber auch wirklich mal wieder gerne zu Lukas fahren. Ja, und zu Sophia und zu Linus. Da ist es auch immer so schön. Ja, weil du wieder ins Weserstadion willst. Oder in den Aquapark. Oder shoppen. Nee, deswegen nicht. Aber irgendwie natürlich schon. Ich würde aber auch mal wieder so gerne die Hannah sehen. Die habe ich ja schon ewig nicht mehr gesehen. Ich mag die so gerne. Mama hat doch gesagt, dass Hannah auch mal hierher kommen darf. Ach, das wäre echt schön. Der Urlaub mit ihr war so toll. Das hat mir so viel Spaß gemacht, mit ihr zu spielen. Hey, Markus. Ja, also, ja, Hannah mag ich auch ganz gerne. Aber ich wusste nicht, dass du sie so gerne hast. Ja, also, ich kann die Hannah schon ganz gut leiden. Außerdem ist sie so abenteuerlustig. Das mag ich wirklich gerne. Das hört sich ja fast ein bisschen an, als ob du in Hannah verknallt wärst, wenn du mich jetzt fragst. Nee, ich bin nicht verknallt in die. Was denkst du denn von mir? Ich mag die einfach nur. Aber verknallt bin ich nicht. Das geht ja mal gar nicht. Na gut, wenn du das sagst. Sag mal, ich habe jetzt hier noch ein paar Klamotten. Ich bring die eben runter. Soll ich deine auch mitnehmen? Nee, nee, ich habe meine heute Morgen schon runtergebracht. Frag mich nicht, warum. Ich bin jetzt auch fast fertig mit aufräumen. Denn treffen wir uns gleich unten, ja, vom Fernseher. Ja, also, ich glaube ja schon, dass der Markus ein bisschen in die Hannah verliebt ist. Also, was Nele immer denkt. Als ob ich verliebt wäre. Ach du meine Güte. Ach, mein Herz. Was ist denn jetzt passiert? Das war doch Mama, oder? Nele? Nele, hast du das auch gehört? Mama hat irgendwas mit ihrem Herzen. Ja, ich habe auch was gehört. Komm, wir gucken schnell nach ihr. Och, hoffentlich ist nichts passiert mit dem Baby und mit ihr. Komm schnell, Markus. Oh je, was ist denn los, Mama? Warum hast du denn gesagt, du hast was mit deinem Herzen? Was ist denn? Und warum weinst du? Ja, Mama, ist dir irgendwas passiert? Sollen wir jemanden anrufen? Kommt das Baby? Tut dir irgendwas weh? Was können wir denn machen? Sag uns doch bitte, was wir machen können. Und hör doch bitte auf zu weinen. Ach, Quatsch, Kinder. Es ist alles in Ordnung. Macht euch keine Sorgen. Och Gott, mein Herz. Aber Mama, was hast du denn mit deinem Herz? Och, ich mache mir aber ganz schön dolle Sorgen. Sollen wir nicht lieber Papa anrufen? Oder einen Krankenwagen? Ach, Quatsch, Kinder. Ihr braucht niemanden anrufen. Mir geht's gut. Und ich meinte nur mein Herz, weil mein Herz gerade so schnell geschlagen hat. Ja, aber warum weinst du denn so doll? Was ist denn nur los? Ja, ich weine so doll, weil euer Geschwisterchen sich gerade das erste Mal bei mir gemeldet hat. Es hat mich gerade getreten und ich habe es das erste Mal gespürt. Ja. Oh, na, endlich. Oh, na, endlich. Endlich haben wir das Geschwisterchen gespürt, oder du? Da warte ich ja schon die ganze Zeit drauf. Ja, oh, das ist jetzt aber spannend. Oh. Kann man jetzt wissen, ob es ein Junge oder ein Mädchen wird? Ich hoffe so sehr, dass es ein Junge wird. Oh, aber warum weinst du denn eigentlich? Das ist doch voll schön. Tut das Baby dir etwa weh? Hey, ich will nicht, dass das Baby dir weh tut. Ja, ich will auch nicht, dass das Baby dir weh tut. Nein, das Baby tut mir nicht weh. Aber das war einfach gerade so schön, weil... Ja, ich darauf jetzt schon die ganze Zeit warte und ich habe damit heute überhaupt nicht gerechnet. Ich war jetzt gerade hier auch so im Aufräumstress und auf einmal hat das Baby getreten. Da habe ich einfach nicht mit gerechnet heute. Tret das Baby jetzt gerade auch wieder? Nein, jetzt ist es gerade ruhig. Hey, ich will auch anfassen. Na toll, jetzt macht das Baby nichts mehr. Ja, genau, und ich muss jetzt auch wirklich ganz da auf Toilette. Ach, ist das ein schöner Tag. Ich bin ganz erleichtert, dass ich endlich das Baby gespürt habe. Wirklich toll. Ach, da ist es schon wieder. Das ist einfach so schön. Ach, ich habe ganz vergessen, wie sich das anfühlt. Mein kleines Baby, schön, dass es dir gut geht. Ach man, Kinder, jetzt hat es wieder aufgehört. Hm, echt komisch. Ach man, unser Geschwisterchen mag uns ja gar nicht. Das ist ja voll blöd. Sag uns bitte sofort Bescheid, wenn du wieder was merkst. Ich möchte auch mein kleines Geschwisterchen endlich fühlen. Ja, ich sage euch sofort Bescheid, aber vielleicht bewegt ihr euch nicht so hastig. Ach man, jetzt warten wir aber echt schon lange. Ja, in der Zeit hätten wir auch eine Folge die Kickers gucken können oder irgendwas anderes. Ach, dieses Baby, vielleicht schläft das jetzt ja auch gerade. Habt noch einen Moment Geduld. Ich bin mir sicher, euer Geschwisterchen meldet sich gleich nochmal. Sei vielleicht ein bisschen ruhig, denn fühle ich es auch besser. Oh ja, Kinder, es geht wieder los. Oh ja. Okay, aber macht es ganz vorsichtig. Ganz vorsichtig, Markus, okay? Ja, ihr dürft beide nicht so doll drücken. Ich weiß nicht, wie das Baby darauf reagiert. Das ist jetzt ja quasi die erste Kontaktaufnahme. Ah, jetzt habe ich es auch gefühlt. Oh, das ist so spannend. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass da ein kleines Baby drin ist. Oh ja, Nele, jetzt habe ich es auch gefühlt. Oh, ist das toll. Wie fühlt sich das eigentlich an, wenn das Baby so tritt? Tut das weh? Hm, also das kann man wirklich schlecht beschreiben. Das fühlt sich irgendwie an wie Schmetterlinge im Bauch. Ja, wie wenn man verliebt ist. Oder wie kleine Blubberblasen. Und wenn das Baby nachher größer ist, dann tut das manchmal ganz schön doll weh. Weil dann tritt das Baby ja richtig doll. Jetzt, ja, ist es noch nicht so doll. Vielleicht traut das Baby sich noch nicht so richtig. Auf jeden Fall hat man mal jetzt ganz, ganz viele Schmetterlinge im Bauch. Das hört sich so romantisch an. Wenn ich groß bin, will ich auch irgendwann mal ein Baby haben. Ach, ich freue mich schon so auf meine Schwester. Hey, was heißt denn hier auf meine Schwester? Du meinst nur auf unseren Bruder. Hallo, liebe Playmobil-Fans. Wir freuen uns heute wieder sehr, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, habt ihr auch schon mal einer Schwangerin auf den Bauch gefasst und mal ein Baby gespürt? Das fühlt sich wirklich komisch an und irgendwie total schön. Ja, wir hoffen, euch hat dieses Video gefallen. Lasst uns gerne einen Daumen nach oben da, wenn ihr wissen wollt, wie es weiter mit Clara geht. Vergesst nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und hier vorne verlinken wir euch noch ein paar Videos, die ihr schauen könnt, wenn ihr noch Lust habt. Bis dann. Tschüss.